Okay, was war das hier für ne Theme? Oh! Scrolling-Level mit Big Mamas Fuß. Ah, und Kettensägen. Spit Charm. Oh! Oh, oh, oh! So, ich war eh groß, groß schaff ich ja Levels nie. Ich muss ja immer kleinen Levels reingehen, sonst tu ich mir so schwer. Okay. Ach komm, wow! Ähm, das war nicht intelligent. Oh, ich mach's mir ganz schön schwer, ich hab die Blöcke noch gar nicht aktiviert. Ich werd das Level ohne Blöcke schaffen. Ich brauch die scheiß Blöcke nicht. Aber ich müsste eigentlich vorbeikommen. Äh, ja. Ich freu mich, ey, ich bin an dem Block vorbeigekommen. Oh, hey! Ah, Kettensäge. Ja, das geht, das ist zwar fucking knapp, aber es geht. Warum denk ich nicht einmal nach, verdämmt. Ah, okay. Ah, es wird lustiger. Umso mehr Fehler ich mach, umso lustiger wird's für mich, nicht wahr? Ah, ich schneide einfach alle Fails raus. Und wenn ich dann immer in Gears von Fails spreche, dann so, hey, what the fuck, formuliert der von Fails? Er schafft doch alles aufs erste Mal. Und genau so ein Tess. Tess hat das, schau dir. Was ist das? Oh, wenigstens ist der da. Hm, da ist auch was. Das war nur das eine Karte weg, oder? Nein, da ist nochmal was. Bam, 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 bam. Ich geh jetzt in die Tür hinein. Ja, aber ich hab's geruppert. Ich hab's gerüstet. Oh, es hat geleckt, es hat geleckt, ich hasse es, wenn es geleckt. Ein Blockstrünge, ich hasse sie. Ja, natürlich! Boah, wie mies! So, aber jetzt, Moment, jetzt bin ich jetzt etwas ruhiger, ich muss mich jetzt konzentrieren. Okay, alles klar, Konzentration vorbei. Okay. 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 Jetzt kommt der... Ah, jetzt duck dich doch nicht, ich drück da nur nach links. Das sieht, glaube ich, schwerer aus, wie es ist die Stelle. Aha. Okay. Okay. Auch können wir mal sicher gehen. Wow. Haha. Ganz toll. Ja, ganz toll. So geht man auf Nummer sicher, Leute. Ah, nochmal das ganze schöne Level. Ich freue mich so unglaublich. Das Level wärs ja nicht mal, aber ich kann nebenbei nicht mal richtig reden, weil ich mich so konzentrieren muss. Und das ist scheiße für euch, weil ihr euch langweilt, weil ihr keiner ein Let's Play sehen will, wo die ganze Zeit gespiegen wird und keiner was sagt. Das will keiner sehen, das ist langweilig. Oh, wie ich diese Kreissägen hasse. Okay, jetzt... Okay, die Stelle haben wir ja bisher jedes Mal geschafft. Dieses Mal warte ich. Aha. Ah! Irgendwie sind die Flammen, glaube ich. Die haben so Bewegungsfelder oder so. Oh, Feder. Und ich werde nicht nach rechts fliegen, weil ich habe das erst einmal geschafft. Nein, ich werde nicht nach rechts fliegen. Ich werde jetzt diese scheiß... Rino ist da. Fertig machen. So. Ja, ja. Spuck mich nicht an. So. Nicht schön, aber down. Oh. Dieses Spiel. Dieses Spiel. Boom. Continue and save. Okay. Alles klar. Oh, das war es soweit. Äh. Wo mache ich denn weiter? Ach, ich mache noch das Level hier. Und dann werde ich mal einen Aufnahmestopp machen. Und ich spiele es natürlich Hardcore. Yo. Hardcore tot. Aber ich habe ja ein Leben geholt. Das sind diese Levels, sind total die Farce eigentlich, weil du kannst sie einfach, ich meine, so Leben holen. Und ich habe schon mal keinen Verlust gemacht. Hoffen da auf ihn. Ah, jetzt hat... Ich hol mir jetzt. Stern. Das sagt nichts. Sagt nichts. Sagt nichts. Oh, die Mittelpunkt. Heute bin ich eine harte Sau. Boah, ich habe dich abgeschossen mit dem Peace Witch. Ja, klar. Ja, natürlich. Wer trifft das Loch? Ich triffe das Loch. Bin ich ganz toll im Löchertreffen. Besonders in dem Spiel. Sonst natürlich nirgends. Aber der trifft auch nicht schlecht, oder? Vor allem für seine Wurftechnik. Ich meine, wenn ich da auf ihn zielen müsste, ich glaube, ich würde ihn nicht treffen. Nein. Okay, jetzt aber. Ah, geht doch. Ja, verpisst euch. Verpisst du dich. Verpisst du dich. Verpisst du dich. Boah, es hat nicht mehr für ein Leben gereicht. Gleich kommt der andere wieder. Oh, und mit diesem Knaller beziehungsweise nach dem Bonus-Level mit dem Knaller verabschiede ich mich von dieser zweiten Aufnahme. Ich nehme das Spiel überhaupt nicht ernst. Und trotzdem kriege ich ein Leben. Hui. Haben schon Leute mit gezielt weniger geschafft. Gut. So, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, wenn es wieder heißt. Let's play Super Mario World. Ja, das ist eine große Anerkennung. Und dann geht's. Bis zum nächsten Mal.